Wackinger Village Ein Ort zum Feiern. Aber auch zum Heiraten? Man weiß es nicht. Doch diese beiden wollen es wagen. Warum soll man denn nicht das Hobby und die Liebe verbinden? Das funktioniert doch wunderbar, oder nicht? Sagt er. Und was sagt sie dazu? Ja, also ich wusste nur, dass wir hier heiraten. Ich wusste aber nicht wann, nicht wo. Und überhaupt nicht, was passiert. Das weiß ich bis jetzt auch noch eigentlich nicht. Zu Glück haben sie wen dabei, der sich auskennt. Martin Dreyer, waschechter Pastor aus Berlin. Also zu einer Hochzeit braucht man ein Brautpaar, einen Pfarrer und eine Gemeinde. Und alles haben wir hier. Die Gemeinde steht vor der Bühne. Das Brautpaar steht da und ich bin der Pfarrer. Nach der ersten Trauung im Standesamt heißt es heute also metallener Hochzeit auf der Bühne. Ich frage dich, liebe Sandra, vor Gott, und dieser Gemeinde. Willst du diesen David lieben und achten und mit ihm die Ehe führen, in guten wie in schlechten Zeiten, solange bis das der Tod euch trennt, dann antworte, ja, ich will. Ja, ich will. David, ich frage dich vor Gott und dieser Gemeinde. Willst du diese Seinheit lieben und achten und mit ihr die Ehe führen, so antworten, ja, ich will. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Seit sieben Jahren sind Sandra und David ein Paar. Jetzt gründet ihre Liebe die Full Metal Marriage.